Unser Fahrer, der Richard. Wir haben eine sehr klein besetzte Autodingses, hier sind übrigens Menschen, weil der Rest fährt vorne im etwas größeren Tourbus. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Club-Tour-Tag, Hashtag-Tag-2 Nein, Tour-Start war gestern, heute ist der zweite Tag und wieder mal der Fahrer hier zu sehen neue Besetzung im Auto das ist der Coolitz-Quad Jetzt sind wir vollständig hier und doppelt Liter ohne Bein Und heute müssen wir sogar mal mit Navi fahren. Aber der Weg ist kurzer, es ist irgendwie verwunderlich. Wir fahren länger, aber kurzer. Panne! Navi geht weg. Navi geht weg. Wir dürfen jetzt hinten fahren, gar kein Bock. Naja, tschüss. Affiliate. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und unsere Bandgeschichte hat 2013 angefangen Da waren nur Kerne und ich dabei Weil die andere Bande, die wir vorher gespielt haben Der hat sich aufgelöst Und... Ja... Dann mussten wir irgendwie anfangen Und dann haben wir einen Song geschrieben, der nennt sich Live Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020